Mit Holz, Holz aus Schweizer Wälder, verbindet wir etwas Besonderes, etwas Beruhigendes und zugleich Kraftvolles. Etwas Persönliches und damit der perfekte Rohstoff für ihr Zuhause. Woher wir das wissen? Tja, die Liebe zum Detail liegt uns im Blut. Und das bereits seit drei Generationen. Mit dem Maurus und dem Kai Lustenberger und unserem riesigen Team von Planer, Schreiner, Montage, Service, Mitarbeiter, Administration und vielen mehr. Maurus, Kai, sind ihr noch da? Okay, gut. Dabei sollte man eins nicht vergessen. Es geht doch um Sie. Die persönliche Begleitung auf Ihrem Weg zur Wunschküche ist uns wichtig. Denn eine Küche ist Lebensraum. Und Sie verdienen eine Küche, die zu Ihnen passt. Bei uns werden die Räume wahr. Jedes Element ist individuell. Dank Ihrem persönlichen Berater bekommen Sie schon während der Planung ein konkretes Bild der neuen Küche. Es ist fast wie echt. Aber eben nur fast. Es muss ja noch produziert werden. Also kurz zurück zum Anfang. Wir legen nicht ohne Grund Wert auf höchste Effizienz und beste Qualität. Jetzt ist es tatsächlich zum Anlängen und vor allem zum Geniessen. Natürlich dürfen in der neuen Küche auch die passenden Haushaltsgeräte nicht fehlen. Werfen Sie einen Blick auf unsere breite Auswahl an Qualitätsgeräten von Topmarken in unserem Showroom. Das Angebot ist bestechend. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass wir auch den beste und unkomplizierteste Service für alle Geräte haben? So wissen Sie, wer auch im Notfall schnell und effizient für Sie da ist. Doch bevor ich Sie jetzt komplett erschläge mit all unseren Vorzügen, kommen Sie doch einfach vorbei und schauen Sie selber. Wir freuen uns auf Sie. Lustenberger im Haushalt zu Hause.